Schäfte, geschwinkt in der Öffentlichkeit. Ja, jetzt weiß ich nicht, dass die Bier besser sind, aber es gibt ein paar Köchinnen. Aber, ja. Ja, das ist eigentlich mein Chef, was ihm gewonnen hat. Und das hat mich dann ein bisschen gereizt. Und jetzt muss ich auch gewinnen. Vielleicht gibt es nichts anderes. Da hast du Platz.